Um an günstige Arbeitskräfte zu kommen, hat sich im Bereich des Ausbildungs- und Arbeitsrechts in den letzten Jahren einiges getan. Das Arbeitsverbot für Geflüchtete wurde zuerst von einem Jahr auf neun Monate und jetzt auf drei Monate herabgesetzt. Allerdings klafft ein großer Graben zwischen Theorie und Praxis. Zunächst, Flüchtlingskinder werden durch das deutsche Schulsystem systematisch benachteiligt. Wie der UN-Menschenrechtsbeauftragte für Bildung, Munoz, feststellte, hängen in keinem anderen Land der EU die Erreichen Abschlüsse so unmittelbar von der sozialen Herkunft ab wie in Deutschland. Insbesondere Migrantenkinder sind betroffen. Sie sind überwiegend hochmotiviert, scheitern aber regelmäßig am selektiven deutschen Bildungssystem. Auch im Ausbildungsbereich sind die Hürden hoch. Zwar wurden in Bayern inzwischen nahezu flächendeckend zweijährige Berufsvorbereitungsklassen für jugendliche Flüchtlinge eingerichtet, doch nach wie vor verweigern viele Ausländerämter die Aufnahme einer Ausbildung trotz erfolgreich abgeschlossener Berufsvorbereitung. Denn die Beschäftigungsverordnung schreibt in § 33 vor, Auch was die Anerkennung ausländischer Abschlüsse betrifft, hat sich für Flüchtlinge trotz verbesserter Gesetzeslage kaum etwas verändert. Die bürokratischen Anforderungen sind selten erfüllbar. Außerdem kostet ein Anerkennungsverfahren mehrere hundert Euro. Viele akademisch ausgebildete Fachkräfte verdingen sich daher notgedrungen als LKW-Fahrer oder Küchenhilfe. Außerdem gilt die ersten 15 Monate das sogenannte Nachrangigkeitsprinzip. Das heißt, Geflohene dürfen nur eine Arbeitsstelle antreten, wenn dafür kein Deutscher oder EU-Bürger gefunden werden kann. Dadurch ist für Flüchtlinge eine Arbeitsaufnahme in diesem Zeitraum meist unmöglich. Schließlich wurde über Asylbewerberinnen und Bewerbern aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten ein generelles Beschäftigungsverbot verhängt. Industrie und Bundesregierung reden gerne von einer Willkommenskultur für ausländische Arbeitskräfte. Die Diskrepanz zwischen Hochglanzprospekten und Wirklichkeit ist aber nach wie vor riesengroß.